ja willkommen leute endlich mal wieder ein tabak review von mir und zwar heute geht es um den royal tabak peach aus der schweiz vielen dank an dich crashy schon mal ja hier sieht man den schnitt der ist ja eigentlich relativ fein so eine mischung aus social smoke möchte ich beinahe sagen also doch sehr fein in der seite könnt ihr das noch sehen echt ein gutes dinge also ich top für den kopf war ja zum geruch also ich hab den vorher schon mal gerochen beziehungsweise probiert was heraus zu riechen und ist relativ schwer man man nicht nur irgendwas herbes leicht herbt um aber der für sich also selbst wenn ich es mir ein bildet ist leider nicht raus also ich weiß nicht wie lange wie lange du den tabak schon hat ist beziehungsweise ob die schweizerischen tabake allgemein nicht so so stark und intensiv riechen wie die hier in deutschland sage ich mal oder andere sorten ja hat mich jetzt nicht so weckerhundes bisher ich rauche in der narikela ach quatsch erstes tabak review und schon wieder ist er völlig verpeilt in der emidiolex 630 mit dem hotshot rt zwei shisha club zürich kohlen und meinem modifizierten amor schlauch mit dem magic glass mundstück sicherlich mit die sondermodell ja dann kommen wir erstmal zum rauch rauch ist in ordnung ja und der geschmack also ich weiß nicht ich krieg da irgendwie keinen richtigen geschmack raus ich auch seit ungefähr fünf bis zehn minuten habt ihr mal mehr hitze gegeben ein bisschen weniger aber das ganze ist wirklich relativ lasch gehalten wenn man weiß dass es für sich ist merkt man so ganz leicht im abgang dass da vielleicht irgend so eine für sich note sein kann ansonsten relativ schwach und dumpf das ganze und ein bisschen fruchtig ja also jetzt intensiv dass man sagen kann alles klar für sich schmeckt ich sofort raus richtig geil finde ich jetzt nicht wenn du das video siehst schreibt doch einfach mal bitte unter und das kommentar ob die royal tabak sorten allgemein ein bisschen lascher sind oder lasch riechen oder ob ich einfach nur ja ob mir da was fehlt beim geruch und beim geschmack fehlt auch wieder peter der ordentliche bums der den geschmack rein bringt jetzt spielt autofokus kurz mal ein bisschen rum ja ansonsten der schnitt ist super fein das gefällt mir er ist gut feucht er raucht gut ja aber es fehlt halt auf jeden fall der geschmack kannst du mal unterschreiben wie das bei euch so ist würde mich mal interessieren ja und viel mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen bis auf vielen dank an dich für den shot ich habe ja noch einmal tequila sunrise den werde ich demnächst auch mal vorstellen muss ich mal gucken morgen wird denke ich mal wieder eine blubi sorte kommen ich habe ja noch einiges hier das will ich mal noch ein bisschen abarbeiten sage ich mal ich habe auch noch so viel shots da ich habe auch schon wieder bestellt ja also kleine vorfreude ich hoffe diese woche kommt noch das nächste mega unboxing können darauf gespannt sein ja aber morgen gibt es denke ich mal eine frische blubi sorte ich habe schon zwei jahre ausgepackt vielleicht den naja ich sage es euch nicht muss ich mal gucken was ich morgen raushaue ja ich hoffe ihr hattet eine entspannten entspannten wochen start ich wünsche euch noch einen schönen tag wir sehen uns morgen wieder bis dahin haut da rein euer shisha schmitty ciao